Oh mein Gott, Dr. Bowers Gesicht, geh weg! Wasch dich mal! Oh, wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Oh, Stürm! Schaut schon lustig aus. Hey, da ist wieder eine Flauge! Alter, ich mag weiter im Flauge! Wir haben den Tod bezwungen! Massenbevölkerung! Yay! Ähm... Du blutest, brauchst du ein Pflaster? Ich brauche... Ö... Goldstücke! 500! Hat der sie nicht alle! Kriegst ein Bonbon! Hier! Kannst dir was schönes kaufen damit! Okay, wir drücken jetzt mal den Button einfach! 8! 8! Wait, 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 wait! This is all wrong? This isn't the Stanley Parable! This is a game where you press a button and it says 8! Not only is the Stanley Parable not a game about continually pressing the number 8, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game! Why is it here instead of the demo for the Stanley Parable? Where did the demo go? There was an actual demo here before! Something has gone wrong! It's all gone horribly wrong! We need to get you out of here before you start forming impressions of the Stanley Parable based on whatever the hell this 8 game is! We need to get up! We need to start over! You mustn't stay here another minute! Out! 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 Go! 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 Nein! Oh! O-mander! Lass die Finger davon! Lass die Finger davon! Ich geh' aus hier! ich hasse die lady ich hasse ich hasse ich hasse ich hasse ich natürlich begegnen wir auch hier ein versicherungs fritzen ja wir es kann menschen in tiere fahren viele kommen schon hierher und nie zurückgekehrt ja zum beispiel ich komme nie wieder in die zwergmühle zurück weil niemand meine versicherung kaufen wollte versicherung versicherung brauchen sie eine vulkanversicherung vulkanversicherung so aus dem weg er hat mich von hinten angegriffen war da ist die geburt aus der hölle ein tag gibt es und ich sag's dir ja gut zu ich hab die glaube welche gehen was kannst du es mir noch mal sagen was wir noch mal zum teufel mit dir warum dafür habe ich jetzt die ganze zeit gifzehne gesucht die ganze zeit die ganze zeit die ganze zeit wenn ich dich nur innerhalb von fünf schlägen umnicken könnte aber es brauchte eine ganze folge auch eine ganze folge weg mit dir ich stecke scheiße in dein briefkasten also folgen würden sich da viel besser machen nicht solche adler und so mein gott was kann man aber nicht besseres machen als ein bisschen sein hobbys noch gehen kommt schon nach oben obwohl ich auch die möglichkeit hätte jeden tag ins fitnessstudio zu gehen aber als gamer geht man doch nicht ins fitnessstudio und ja auch nicht duschen holt ihr die chips tüte und nehm beim bier das sind gamer wasch echte gamer so wie großvater da ist geworfen da ist eine flage hundert ja muschi musch aus so vielen dank für die blumen vielen dank für die totenköpfe ich werde das gefühl nicht los nein volk scheiterte und rannte nach hause zu seiner mutter wo er warmes essen und tee bekam ich würde aber sagen wir nehmen einfach den grünen bau weil wir so freundlich sind yes 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 uh is it working i are you sure you sure you press the button what no we finished the demo did it start again hello is anyone there they already finished they said they liked it i need someone to stop the demo hello we need to go back we need to get out of here nein 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 scheiße entschuldigung ich muss mir das wieder abgewinnen nein nein okay nochmal passkampf sieht so aus als wärst du jetzt stärker aber nicht stark genug um mich zu besiegen Junge los parasek bleib draußen es ist zu gefährlich hier in Ordnung sei vorsichtig ich werde da mal ganz allein zwischen den ganzen gegnern draußen warten trempf nieder so wo ist der nächste da okay schade erwischt ja okay das spiel hängt ja verdammt warum könnt ihr jetzt jedes mal mein desktop so leute schon wieder da wir haben wieder mal nach masker in der letzten folge angeregt epischer staut was kannst du ich habe brauchbare dinge ja ja vertreter na toll aber wir haben super magie äh lebenstrauend guten tag dance 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 robo dance get it up yeah get it up yeah hi leute willkommen zurück zu assassin's creed diesmal mit einem leichten handicap weil gerade meine muschi auf dem schoß liegt und damit meine ich die katze erinnerung nachforschung komplett eine karte die zeigt wo der händlerkönig seine wachen postiert hat wenn ihr die wisst was ich für wochen alles daheim habe hm die wird sich sicher als nützlich erweisen oh oh den wir aufsuchen müssen oh tschuldigung tschuldigung tschuldige 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 jetzt gehen sie mir doch aus dem weg so freunde das waren ein paar seien aus dem projekt des jahres 2013 wenn es euch gefallen hat lasst es mich wissen mit einem daumen nach oben oder hinterlassen noch einfach einen kommentar Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder Also dann Peace Leute